Herzlich Willkommen zur fünften Ausgabe der Datenschmutz-LinkedIn-Show. Co-Moderator Boxack und ich beschäftigen uns heute mit dem Thema das eigene LinkedIn-Netzwerk bzw. welche Kontaktanfragen sollte man annehmen, welche vielleicht besser eher nicht. Wir stellen Ihnen das neue LinkedIn Ads Insights Programm vor und natürlich auch wieder mit dabei die Status Updates der Woche. Und damit gleich zum Thema Netzwerk. Es gibt ja wie wir wissen manchmal durchaus Kontaktanfragen von Personen, wo man sich nicht ganz sicher ist, ob die tatsächlich die idealen Erweiterungen für das eigene Netzwerk darstellen. Aber wie verhält sich die ganze Sache, wenn wir uns das mal etwas genauer ansehen. Wenn Sie sich daran erinnern, als Sie sich auf LinkedIn registriert haben, die ersten Kontaktvorschläge sind in der Regel Arbeitskollegen, ehemalige Arbeitskollegen, Personen, die die gleichen Ausbildungsstätten besucht haben. Und im Laufe der Zeit bekommt man dann Vorschläge und auch Kontaktanfragen. Und hier ist halt immer die Frage, was ist besser, möglichst alle Kontaktanfragen anzunehmen oder eher sehr selektiv dabei vorzugehen. Ich würde sagen, es geht dabei natürlich nicht nur um Quantität, aber Quantität spielt schon sehr wohl eine Rolle. Es ist nämlich so, wenn Sie LinkedIn strategisch nutzen möchten, wenn Sie Ihre Inhalte dort verbreiten, dann ist ein großes Netzwerk nämlich genau dann hilfreich, wenn die Personen darin auch tatsächlich an Ihren Inhalten interessiert sind. Also viel hilft viel, wenn Ihre Connections dann auch entsprechend reagieren auf die Inhalte, Sie liken, Sie teilen und Sie kommentieren. Dann ist ein sozusagen größeres Netzwerk aus Interessierten besser als ein kleines Netzwerk. Das ist mal die eine Sache. Es gibt aber trotzdem zwei sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen dazu, habe ich bemerkt. Die einen sagen, ich nehme überhaupt nur Kontaktanfragen von Personen an, mit denen ich mindestens einmal schon physischen Kontakt hatte, handgeschüttelt auf ein Event oder so. Die anderen sagen, ja, das ist zwar Ziegelstein, aber man weiß ja nicht. Und irgendwo in diesem Spektrum sozusagen muss man sich heute entscheiden. Mein Tipp wäre, die Wahrheit liegt in dem Fall näher beim Ziegelstein als beim Händeschütteln. Wie gesagt, wer allzu selektiv vorgeht, verwendet LinkedIn vielleicht auch eher als digitales Pendant zu einer Visitenkartensammlung. Und wer das nicht macht oder wer viele Kontaktanfragen annimmt, der ist wahrscheinlich eher daran interessiert, eben LinkedIn auch strategisch zu nutzen. Weil es gerade so gut passt, ich habe heute zwei Anfragen bekommen von einem Carl J. Strandnell und einem Herrn Kyung Yin. Und wenn ich jetzt frage, soll ich die annehmen oder nicht, dann ist natürlich der erste Weg ein kurzer Blick aufs Profil. Das sehen wir kein Profilfoto. Der Herr Strandnell wohnt auch in Stockholm, in Schweden und arbeitet bei der Firma Manager, die auch eine Unternehmensseite hat. Dann schauen wir uns diese Firma Manager mal an. Management Consulting, 3.700 Follower, zwei bis zehn Employees und die Location Dos Hermanias in Spanien. Also als Stockholmer, der in Spanien bei einem Management Consulting Unternehmen arbeitet und kein Profilbild verwendet. Hmm, dann schauen wir mal den Herrn Kyung an. Der hat uns da Good Day geschrieben. Was macht der? Der ist auch Project Manager und ebenfalls bei der Firma Manager. Fünf Mutual Connections, koreanische EPC-Projekte. Scheint auch nicht sehr aktiv zu sein auf LinkedIn. Stockholm, Korea, Los Hermanias. Dies wäre jetzt mir persönlich ein wenig zu fishy und ich würde dankend auf diese beiden Kontakte verzichten. Also wie gesagt, es liegt natürlich ganz bei Ihnen, wie Sie selber mit dem Thema umgehen wollen, aber allzu restriktive Kontaktannahme ist eher nachteilig. Ein bisschen mehr Kontaktbereitschaft schadet auf solchen Social Media Netzwerken erfahrungsgemäß nämlich nie. Und damit kommen wir zum zweiten Thema für heute, dem Ad Review Program von LinkedIn. Ich bin über Emma Wiltshire hier drauf gestoßen, beziehungsweise über Lea Mente. Dieses neue Ad Research und Insights Series, dabei handelt es sich um monatliche, beziehungsweise wöchentliche Postings. Und zwar schaut das Ganze so aus, das LinkedIn einmal die Woche, Entschuldigung, einmal im Monat eine bestimmte Kampagne, eine erfolgreiche Kampagne sezieren und erklären wird, warum die so gut funktioniert hat. Das ist hier im ersten Teil der Serie eine Autodesk Kampagne aus dem Vorjahr. See what engineers saw. Und da gibt es eben Daten dazu, Einschätzungen, warum das Ganze funktioniert hat und das soll sozusagen eben Inspiration und Ideen für eigene Kampagnen liefern. Das zweite, was LinkedIn bringt, sind die sogenannten Marketing Insights. Das sind wöchentliche, kurze Postings zu Statistiken, sozusagen so Informationsschnipsel. Interessanter werden sicherlich diese Kampagnen-Auswertungen sein. Zum Start der Serie übrigens auch drei allgemeine Tipps. Get specific, kann ich nur unterstreichen, auf LinkedIn muss man sehr nahe an der Zielgruppe dran sein. Breite Werbung bringt wenig. Make it human, don't overthink it. Drei sehr gute Tipps für die eigenen Werbekampagnen. Ein zweiter spannender Artikel, auf den ich diese Woche gestoßen bin, die sieben tödlichen Sünden im Influencer-Marketing. Ein Thema, das bei uns ja immer wieder vorkommt. Apfel und Schlange. Martin Hiesböck hat diesen Beitrag geschrieben, auf martinhiesböck.com, der ist ganz aktuell. Und er schreibt hier eben, choosing the wrong Influencer. Ja, das ist klar, muss natürlich zur Zielgruppe passen. Choosing too many Influencers. Short-term Collaborations, ganz wichtiger Punkt. Und da gibt es eben noch vier weitere Punkte. Treating Influencers like an Advertising Channel. Sehr gute, sehr präzise Einführung zum Thema, was unterscheidet eigentlich Influencer-Marketing strukturell von den klassischen Marketingmöglichkeiten, wie wir sie kennen. Ebenfalls einen sehr, sehr lesenswerten Artikel hat Blog-Expertin Maike Leopold in dieser Woche veröffentlicht, und zwar am Upload-Magazin. Erfolgreiches Marketing mit wenig Budget. Die richtige Strategie zahlt sich aus. Wer Maike Leopold kennt, weiß, sie ist eine der erfahrensten und bekanntesten Corporate-Blog-Expertinnen in Deutschland. Und es geht auch in diesem Beitrag eben darum, dass gerade für KMUs, Corporate-Blogs, sehr, sehr mächtige Tools sein können und dass dann nicht einmal unbedingt große Unternehmen mit ihren teilweise starren Strukturen, weniger Flexibilität unbedingt im Vorteil sind. Gerade in diesem Bereich können Kleine eben sehr, sehr gut mitspielen. Julian Heck hatte diese Woche ein paar Tipps bzw. drei Missverständnisse zum Thema Personal Branding für uns. Nicht ausschließlich für extrovertierte Menschen. Corporate-Branding und Personal Branding schließen sich nicht zwingend aus. Jawohl. Auf jeden Fall. Markenaufbau gelingt nicht in wenigen Tagen. Wie Sie sehen, schönes Posting-Format. Das ist ein sehr smart gemacht. Ein quadratisches PDF-PDF kann man den Link in Dokumententyp nutzen. Dafür wird dann eine Slide-Profolie draus. In Kürze mehr dazu. Das Ausländer-Raus-Posting der Woche habe ich bei Cora Bauer gefunden. Ein sehr schöner Text. Sie hat das offenbar hier irgendwo hin. Könnte der Donaukanal sein. Könnte nicht der Donaukanal sein. Könnte auch irgendwo in Berlin sein. Vielleicht erkennt jemand die Gebäude. Türken raus, Polen raus, Russen raus, Marokkaner raus, Afrikaner raus, Asiaten raus, Deutsche raus, alle raus. Ist tolles Wetter draußen. Macht was zusammen. Wird dieses Wochenende durchaus so sein. 30 Grad zumindest bei uns hier in Wien angesagt. Und zum Abschluss haben wir noch ein sehr interessantes Video mit einem Airbag-Helm, der in manchen Situationen äußerst hilfreich, um nicht zu sagen Lebensrettend sein könnte. Ja, und damit verabschieden sich Co-Moderator Boxack, meine Wenigkeit und Blockhinden Buller. Da ist der Vogel, da sind die Zuschauer. Aber, aber. Schönes Wochenende. Was auch immer Sie unternehmen. Wir sehen uns wieder am nächsten Freitag. Wenn Ihre Augen mehr und Further beten uns aber aus.